Seit vier Jahren sind wir jetzt da, versuchen euch eine Geschichte zu erzählen, schreiben mit euch immer wieder neue Geschichten, verschwitzt und körperlich am Ende nach jedem Kapitel, dafür frei im Kopf. Darum treffen wir uns immer wieder, am gleichen Ort, zur selben Zeit. Zusammen sind wir gewachsen und dürfen Teil einer neuen und frischen Clubkultur am Bodensee sein. Zusammen gehen wir weiter, denn die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Ihr wisst, wo wir das nächste Kapitel schreiben. Am 7. März, 23 Uhr. Wir warten auf euch. �Numberhouse Campitel Vielen Dank.